Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich euch das hier zeigen. Ein Survival-Kampfstab. Ob das was Vernünftiges ist, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe dieses Ding hier zugeschickt bekommen und zwar von Banggood. Das kostet ungefähr 43 Euro. Das ist ein stolzer Preis. Deshalb gucken wir uns heute mal ganz genau an, was das eigentlich für vernünftiges Ding ist. Das komplette Ding ist aus Aluminium, gefrästes Aluminium. Ihr seht das, relativ dunkel, also brüniert und hat verschiedene Gewinde überall, die man aufmachen kann, wo verschiedene Dinger zum Vorschein kommen. Darüber reden wir aber gleich. Der Stab ist knapp 40 Zentimeter lang und hat an beiden Enden Glasbrecher verbaut und ist ansonsten ungefähr ein Kilo schwer. Wir werden übrigens später darüber reden, ob das auch eine vernünftige Survival-Waffe ist oder ob das nur ein Werkzeug ist. Gehen wir erstmal die verschiedenen Funktionen durch. Wie gesagt, wir haben hier einmal Glasbrecher, auf der anderen Seite auch ein Glasbrecher. Insgesamt ordentliches Aluminium, fühlt sich auch gut wertig an. Die Oberflächenstruktur ist ein bisschen riffelig, damit es ein bisschen besser in der Hand liegt. Und wir haben hier verschiedene Aufdrehmöglichkeiten, wo dann verschiedene Werkzeuge und Ähnliches zum Vorschein kommen. Das Ganze ist immer in solchen Kappen, die auch wasserdicht sind, denn sie sind mit einem kleinen Gummi innen drin versehen. Ebenfalls, falls ihr den selber modifizieren wollt, habt ihr überall drin kleine Hohlräume. Nicht überall, aber ab und zu. Das erste Werkzeug, das wir hier sehen, ist, ja, wie soll man das beschreiben, eine Sägemesserspeerspitze. Hier befindet sich also eine kleine Klinge drin, die hier auf der Rückseite eine Rifflung hat, die absolut für gar nichts nützlich ist. Also kann ich euch gleich von vornherein sagen. Und hier einen kleinen Wellenschliff, der natürlich für Seile zum Beispiel am besten geeignet ist. Und ansonsten hier vorne eine Klinge mit einer ordentlichen Spitze. Das heißt, zum Stechen ist das Ding schon ganz gut geeignet. Drehen, drehen, drehen. Als zweites Werkzeug haben wir das hier drin. Das hier ist eine halbwegs funktionierende Säge, aber auch nicht besonders gut. Und das hier soll wahrscheinlich so eine Art Gurtschneider sein. Das Problem ist, das Ding ist überhaupt nicht angespitzt. Also es ist überhaupt nicht geschliffen oder sonst irgendwas. Also im Prinzip völlig nutzlos. Und das letzte Werkzeug ist das hier. Das wird offiziell gehandelt als Fischspeer. Das heißt, damit ist es gedacht. Deshalb hat er auch so ein bisschen die angeschliffene Wellenform angedeutet. Vielleicht um es besser damit ins Wasser zu kommen und damit direkt einen Fisch rauszusnappen. Ihr seht schon, die drei Werkzeuge, die hier drin verbaut worden sind, sind nicht wirklich gut. Im Endeffekt muss man sagen, dass man mit einem Victorinox das meiste davon besser machen kann. Mit meinem Ranger Wood habe ich eine bessere Säge, ich habe ein besseres Messer und noch viele kleine andere Funktionen. Und das ist schon eine herbe Enttäuschung, wenn ich daran denke, dass es ungefähr 40 Euro und teilweise noch mehr kostet. Und das, wenn man es direkt aus China bestellt. Das heißt, auf der Werkzeuglinie verpufft das ganze Ding zum totalen Scheiß, ist völlig überteuert. Die Verarbeitungsqualität ist gut, da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Es fühlt sich auch wertig und gut in der Hand an, aber die einzelnen Werkzeuge sind nicht wirklich toll benutzbar. Dann stellt sich aber eine andere Frage. Ist es denn als Waffe, sozusagen als Survival-Gegenstand, wenn man wirklich mal was Schwieriges vor sich hat, wirklich eine vernünftige Lösung? Wir haben hier natürlich das Problem, dass alles, was wir drin als Waffe benutzen, immer an einem Scharnier ist. Das bedeutet natürlich, haben wir hier einen kleinen Speer sozusagen. Aber wenn wir dann einmal in irgendwas drin sind, kann der abbrechen oder verbiegen. Das ist nicht so gut. Was ist denn der grundsätzliche Vorteil von so einem Ding? Der grundsätzliche Vorteil, wenn das auch kein ganzer Speer ist, ist das Speerprinzip. Und zwar, wir bauen Distanz zu unserem Gegner auf. Das können wir hiermit tatsächlich tun. Und weil hier ja auch tatsächlich eine Art Fischspeer dran ist, den ich mir niemals im Leben zutrauen würde zu benutzen, weil wer von uns hat schon mal wirklich auf die altmodische Art Fische gejagt aus dem Fluss? Also ich stand noch nie in einem Fluss und habe so gemacht. Mal ganz davon abgesehen, dass es legal ist, weil soweit ich weiß, es überhaupt nicht erlaubt ist. Aber auch vom Ding her wüsste ich gar nicht, wo ich das großartig üben soll. Aber natürlich können wir damit zustechen, haben dabei Distanz, wenn auch nicht mega viel, aber deutlich mehr als beim Messer. Und ich würde auch sagen, dass wir damit gute Chancen gegen jemandem mit dem Ball haben, weil wir durch die Stechbewegung deutlich schneller sind. Aber da kommt das Problem mit dem Gewinde und dass der Speeraufsatz relativ dünn ist. Natürlich können wir damit zustechen. Wenn wir uns aber verhaken, haben wir ein Riesenproblem. Und alle von den Dingern haben ja eine Art Verhackung irgendwo. Das heißt, damit wird dieses ganze Prinzip wieder ad absurdum geführt, weil wir es dafür ja gar nicht vernünftig benutzen können im Endeffekt. Wenn es schon nicht zum Zustechen vernünftig ist, ist es dann zum Zuhauen vernünftig. Es hat ein gewisses Gewicht, es hat eine gewisse Distanz. Das Problem ist, es sitzt nicht besonders gut in der Hand, wenn du damit wirklich so Langstrecke zuhaust. Das fühlt sich nicht besonders angenehm an, es rutscht sozusagen weg. Und ein anderes Problem ist, dass es auch keine besondere Gewichtsverteilung hat. Das heißt, es ist nicht wie ein Beil, besonders kopflastig, sodass du da die Kraft rausbekommen würdest. Das heißt, dieses Ding ist im Endeffekt nichts Halbes und nichts Ganzes für einen viel zu hohen Preis, wenn auch die Verarbeitungsqualität in Ordnung ist. Das heißt, wenn ihr wirklich Geld überhabt und eine kleine Spielerei kaufen wollt oder vielleicht habt ihr ja was Eigenes, was ihr darin integrieren wollt. Weil man könnte ja hier gute Werkzeuge reinbringen und auch eine gute Speerspitze zum Beispiel. Eine, die nicht einen Widerhaken in dem Sinne hat, sondern die vielleicht durchgehende Klingen hat, vierseitig sozusagen. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Muss man da mal gucken. Aber für mich ist das Ding nichts. Ich finde es nicht besonders gut und ich empfehle euch absolut nicht, das zu kaufen. Wenn dich das Ding interessiert oder du Interesse an anderen zu Walbe-Waffen hast, dann guck doch einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Da habe ich dir ein paar Sachen verlinkt, sowie natürlich meine an sich liebste Ausrüstung in einer kleinen Liste. Guck das gerne mal durch. Weiterhin findest du natürlich unten in der Videobeschreibung wie immer eine Liste von Videos, die ich dir empfehle, beziehungsweise Playlist. Kannst du gerne mal durchklicken gegen die Langweiler am Nachmittag. Hier oben links und rechts findest du weitere Videos. Wie oft empfehle ich eigentlich Videos? Fällt mir gerade mal so oft. Ziemlich oft. Einfach durchklicken und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und da findest du auch einen Button für meinen Hauptkanal, den Outdoor-Kanal für Wander-Videos, Buschkraft-Touren, dergleichen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.